Hallo, hallo, hallo. Ein neuer Sport-Vlog. Wieder Hunde in Kroatien. Ich laufe los in Galizana und wo es hingeht, erzähle ich euch gleich. Ich bin wieder auf dem Weg zum Strand. Es sind etwa zehn Kilometer bis dahin. Ich versuche jetzt mal einen anderen Weg. Ich bin wieder nach Peroy. Aber heute will ich auch mal am Strand ein bisschen entlanglaufen und nicht nur am Strand ankommen. Und dann schauen wir mal, ob ich das alles packe, weil der Weg dahin ist unbestimmt. Vielleicht ist es mehr und dann kacke ich ab. Deswegen schauen wir mal, was am Ende rauskommt. Ich bin wieder auf der Landstraße unterwegs. Kurz nach Wortenjahren probiere jetzt einen anderen Weg aus. Wir fahren natürlich auch die Autos. Aber jetzt um halb elf nicht mehr so viel. Eher so Radfahrer und ein paar Mofas oder Roller. Man läuft ganz gut. Es ist wieder sehr heiß. Aber ich bin ja gewappnet, eingeschmiert. Großes Glas Wasser vorher. Richtig. Und dann bin ich in etwa fünf Kilometern da. Alles gut. Schaffe ich schon. Schaffe ich schon. Schaffe ich schon. So, jetzt musste ich mal eine kleine Pause einlegen. Bin jetzt ungefähr siebeneinhalb Kilometer gelaufen. Und es ist so eine Bullenhitze. Ich habe mich mal kurz in den Schatten gestellt. Und ich weiß nicht so genau, wo ich jetzt hier hinlaufe. Aber es müsste der Weg zum Strand sein. Noch gute fünf Kilometer. Schätze ich mal. Also ein bisschen mehr als gestern. Und deswegen muss ich hier kurz pausieren. Weil die Sonne fett ist. Damit ich hier nicht irgendeine Scheiße erlebe. Ja. Ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich runter zum Strand jogge. Dann eine kurze Runde schwimmen gehe. Und mir dann ein Fahrrad klaue. Und dann habe ich ein Triathlon gemacht, wenn ich nach Hause gefahren bin. Ja. Tolle Idee. Ich melde mich gleich wieder laufend. Jetzt bin ich wieder am Strand angekommen. Krasse Route heute. Es waren so elf Kilometer bisher. Ich laufe noch ein Stückchen am Strand entlang. Jetzt bin ich an meinem Treffpunkt angekommen. Weil ich werde hier abgeholt. Ich kann auch nicht wieder zurück auf dem Weg. Oder ich kann mir wirklich ein Fahrrad. Einfach gucken. So. Jetzt bin ich an meinem Treffpunkt angekommen. Ich werde bestimmt hier gleich abgeholt. Hier nochmal der Strand von Peroy. Peroy in Istrien. Richtig cooler Strand eigentlich. Nicht so überlaufen. Und wenn ihr lauft, dann schickt mir doch mal ein Bild oder ein kurzes Video an die jetzt eingeblendete E-Mail Adresse. Wenn es eine längere Sache ist. Per VTransfer. VTransfer.com Dann könnt ihr mir das mal senden. Und ich erwähne euch in meinem Sportvlog. Leute, die gleichzeitig mit mir Sport machen. Ist doch geil. Mal sehen, ob es klappt. Wenn sich keiner meldet, laufe ich trotzdem weiter. Tschüss. Tschüss mit Sophie.